Das ist die Liesl. Die hat ja eine besondere Behinderung. Die hat ja so eine gebogene Wirbelsäule und läuft ganz schlecht. Liesl hilft mir sehr bei meiner Therapie. Sie ist eine sehr gute Therapeutin. Mein Liesl. Also ich habe ja Depressionen und Ängste und so weiter und da zieht man sich natürlich viel zurück. Seitdem habe ich ein ganz anderes Leben, sage ich immer. Man muss da immer wieder dran arbeiten und was tun. Claudia, wie ist es für dich, wenn der Esel bei dir bleibt und zu dir kommt? Ja, ich finde das total spannend, total beruhigend. Auf unserem Hof nehmen wir Tierschutztiere auf, die keine andere Vermittlungschance haben, weil sie alt sind, weil sie krank sind und gleichzeitig schaffen wir soziale Projekte für Menschen im Rahmen unserer tiergestützten Angebote. Die Tiere sind bei uns auf dem Hof die Motivation für die Menschen, morgens überhaupt aufzustehen und Menschen bauen eine Beziehung zu den Tieren auf und darüber auch zu uns Menschen. Bei uns im Projekt geht es viel um Tagesstrukturierung und deshalb kommen die Menschen an mehreren Tagen die Woche zu uns und dann verbringen wir den Hofalltag gemeinsam. Die geben einem so viel Liebe und Wärme und man freut sich mehr. Und jetzt kommen wir zur Wochenziehung. Je 5000 Euro gehen an zwei Lose mit den Endziffern 03 07 477 sowie 01 84 947. Jeweils 10.000 Euro gewinnen zwei Lose mit den Endziffern 1 8 7 8 8 4 6 und 1 5 1 2 3 5 5. Und 100.000 Euro entfallen auf alle Lose mit den Endziffern 3 0 6 7 8 8 0. Gratulation und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und jetzt wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten!